Das inoffizielle Video vom Miniatur Wunderland. Das Miniatur Wunderland ist die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Schon mehr als 15 Millionen Besucher aus allen Teilen der Welt haben sich diese berühmte Miniaturwelt angeschaut. Auf der Zeit fast 1500 Quadratmetern ist in mehr als 760.000 Arbeitsstunden ein einmaliges Meisterwerk im Maßstab 1 zu 87 entstanden. Und es wächst immer weiter. Das Miniatur Wunderland Neben ausgefeilter Technik besticht das Wunderland vor allem durch einen humorvollen Detailreichtum. Über 250.000 Figuren wurden liebevoll in Szene gesetzt. Autos und Schiffe bewegen sich durch die Modelllandschaften. Und am Miniaturflughafen starten und landen Flugzeuge im Minutentakt. Insgesamt ist das Wunderland ein atemberaubender Miniaturkosmos, den es in dieser Form und irgendwo anders auf der Welt zu sehen gibt. Und am Miniaturflughafen ist das Wunderland. Und am Van Lvo Bar quest genannt. Sie sind her!". Musik Von Jahr zu Jahr werden im Miniatur-Wunderland stets neue Besucherrekorde aufgestellt. Und hinter den Kulissen tut sich auch einiges, denn mittlerweile sind dort über 360 Mitarbeiter beschäftigt. Vom Techniker bis hin zum Studenten der Kunstwissenschaften arbeitet das große Team daran, immer wieder neue Traumwelten zu erschaffen. Das Wunderland lädt zum Träumen und zum Beobachten ein. Musik 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 Ich kann mir das eigentlich nicht sagen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.